Servus liebe Freunde, Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir machen hier bei unserem Gras weiter, wie wir es ja auch schon angekündigt haben. Wir wollen ja gucken, dass wir hier vorwärts kommen und eingesät ist jetzt alles. Das heißt, wir können also mal ein klein wenig die Zeit hochdrehen. Hat natürlich den Vorteil, das Feld 16 ist bald soweit. Das heißt also, die Rüben können jetzt bald geerntet werden. Ja, Rüben, da fällt mir was ein. Da gab es einen Kommentar. Rübenroder soll ich einsetzen? Hm, habe ich da jetzt was falsch verstanden? Oder meintet ihr auf dem Feld 16, wo wir die Rüben haben, den großen Grimme-Ernter, den wir ja schon im Einsatz haben? Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Ansonsten, wie gesagt, warte ich immer noch auf die Antwort. Wir haben noch die Option offen, Feld 12 oder Feld 18 eventuell zur Erweiterung zu kaufen. Wir haben natürlich auch noch entsprechend die Gewächshäuser am Feld 21 zu machen. Außerdem wollen wir den Düngevorrat noch ein bisschen erweitern. Und wir wollen uns noch einen großen Case kaufen. So, wenn ich mir jetzt meinen Spickzettel ansehe, sollte ich glaube ich mal bald einen neuen schreiben. Hier ist im Moment alles nur querbeet durchgestrichen und gemacht und getan. Da muss ich dann doch mal schauen. So, der ist voll der Knabe. Das heißt, den bringen wir jetzt gleich mal zum Kuhstall runter. Zum Glück haben wir hier den großen, wie gesagt, den großen Ladewagen. Es sind ja jedes Mal 9000 Liter mehr, die da reingehen. Hat also in dem Punkt auch vom Fahren einen Vorteil. Wenn wir also vier, fünfmal gefahren sind, haben wir im Prinzip eine Spur oder einmal Fahren schon uns geschenkt. Das ist auch schon mal richtig gut. So, und jetzt wollen wir hier mal gucken, wie es denn dort aussieht. Wir werden jetzt, wie gesagt, das nochmal beim Kuhstall abgeben. Vom Futter her sollte es eigentlich passen. Aber wo wir gerade beim Thema sind, bevor ich es jetzt gerade vergesse, wir werden mal natürlich unsere nächsten Tierchen kaufen. Klar. So, und jetzt gehen wir gleich mal in die Statistik. So, verkaufen wollten wir auch noch. Ja, da müssen wir uns auch bald mal ran machen. So, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Gras ist schon eine Menge drin. Wir sind aber noch nicht bei den sechs Tagen. Ich denke mal, das wird aber jetzt bald dann der Fall sein. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, wie viel wir da brauchen. Aber ich denke mal, es müsste ja eigentlich bald so weit sein, dass wir hier alles voll haben. Dann, wie gesagt, wollten wir ja nochmal kurz reingucken. Das können wir gleich auf dem Rückweg mal machen. Wir laden erst mal hier ab, weil mich interessiert natürlich auch, wie viel wir jetzt hier noch reinkriegen. So, schauen wir mal. Ich habe auch eben übrigens einen ganz guten Kommentar gelesen. Und zwar war der aber im Titanium in Hagenstedt. Da hat mich der liebe Mac Wurago mal gefragt, ja, wie ist das eigentlich? Was erwartest du denn an Änderungen oder Verbesserungen vom 2015er? Der soll ja jetzt bald kommen. Wobei böse Zungen bzw. eigene Stimmen haben ja schon wieder behauptet, es würde noch gar nicht feststehen, ob der jetzt im Oktober rauskommt oder ob es dann doch noch November wird, weil sie vielleicht noch nicht so weit sind. Aber ja, also Physik-Engine hat der Mac Wurago gemeint, wäre eine ganz wichtige Sache, dass das Ganze ein bisschen realer läuft und auch dann sozusagen Maschinen und Schlepper so im Prinzip arbeiten, wie sie auch vom Leistungsvermögen zusammenpassen. Was ich mir erwarte, wäre im Prinzip also ein bisschen mehr, vielleicht noch ein wirtschaftlicher Aspekt rein, dass wir noch ein bisschen mehr mit dem Geld machen können, als einfach nur sozusagen Felder kaufen, Felder verkaufen und gut ist. Und ja, Mac Wurago meinte zum Beispiel aber auch, was auch noch eine gute Sache wäre, wäre dieser eigentliche Simulationseffekt. Ich denke mal, er meint damit auch, dass wir, sagen wir mal, die einzelnen Geräte ein bisschen detaillierter, ein bisschen umfangreicher sind. Ich würde mir zum Beispiel in der Richtung auch wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Mod, den es jetzt extra gibt, dass der vielleicht schon feste drin ist. Das wäre also auch eine schöne Sache, zum Beispiel das mit der manuellen Zündung oder GPS-Mod für einige Traktoren schon installiert, was man dann nicht sozusagen zusätzlich als Mod erst machen muss. Was ich mir auch wünschen werde, wären, ja, funktionierende Außenspiegel. Würde den Realitätsgrad doch deutlich nach oben schrauben, weil mit Außenspiegeln kann man also auch beim Rangieren dann nochmal ganz anders fahren. Schön wären auch zum Beispiel Jahreszeiten. Das war auch entsprechend vom Mac Wurago eine Idee, dass man zum Beispiel auch Sommergerste oder Winterweizen oder sowas dann macht, spezielle Fruchtsorten auf die Jahreszeit abgestimmt. Also es gibt viel, viel Ideen, die so die Spieler und die Anwender im Prinzip haben. Ich denke mal, wir müssen uns jetzt einfach mal überraschen lassen, was im Endeffekt dann dabei rauskommt. Ich hoffe natürlich auf einige Verbesserungen. Ich habe zum Beispiel gehört, Hagenstedt wird es nicht mehr geben. Das heißt also auch für uns hier, das Let's Play Hagenstedt wird dann endgültig auslaufen. Wir haben jetzt ein zweites Let's Play schon gemacht, bevor das Titanium rauskam, die vier auch schon eins. West Bridge Hill wird es geben. Das Problem an der Sache ist aber, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, dass man die Spielstände entsprechend nicht übertragen kann. Das weiß ich jetzt nicht, ob das geht oder nicht. Müssten wir mal testen. Würde also bedeuten, wir würden vielleicht dann sogar auch West Bridge Hills dann gegen Ende des Jahres auslaufen lassen. und würden vielleicht dann ein Let's Play machen. Das aber dann auf der neuen Map, da ist ja Gerüchten zufolge schon eine Map aus Norddeutschland mit im Gespräch und West Bridge Hills. Die zwei sollen wohl dabei sein. Wenn ich da irgendwo falsch liege oder jemand neuere Informationen hat, bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin da mehr als gespannt drauf. Ja, werde mir das nachher noch vorbestellen. Das wollte ich eigentlich heute Morgen schon machen. Ach, ganz vergessen. Werde ich mal gucken, ob ich mir das Spiel schon vorbestellen kann, dass ich das rechtzeitig dann, oder schnellstmöglich sozusagen, dann da habe. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mir das vielleicht einfach nur als Download-Order, weil dann geht das noch einen Ticken schneller. Sobald es verfügbar ist, kann ich es runterladen. Aber ich denke mal, ich habe dann lieber die CD mit dem originalen Code. Das ist vielleicht angenehmer. So, und was ihr jetzt hier seht, ist natürlich nicht ganz so das Geplante. Ich fahre momentan ziemlich wüst hier durch die Gegend, von einer Spur auf die andere. Ich will natürlich versuchen, dass wir das hier so nach und nach hier wegkriegen. Aber wir müssen auch gucken, dass ein bisschen System drin ist. Wollte eigentlich erst mal außen die Ränder wegmachen. Aber ich glaube, das wird sich dann durch die ganze Reihe durchziehen. Werden wir mal schauen. So, also jedenfalls haben wir eine ganze Menge hier reingeholt. Ja, es ist jetzt noch mal ein bisschen viel nur mit Gras. Wir können aber zwischendurch einfach mal gucken, wie es aussieht. Ne, Wachstumsstufe ist leider noch nicht durch. Das heißt, wir können jetzt auch mit der Rübenernte noch nicht anfangen. Werden wir dann aber natürlich baldigst machen. Vom Geld her sieht es auch gut aus. Wir können jetzt auch schnell noch mal reingucken in die Statistik. 36.000 Liter sind bei den Kühen schon wieder zum Abholen bereit. Das bringt uns natürlich auch ein bisschen Kohle. Ja, dann wären wir so bei 115.000, 120.000 Euro. Ja, würde aber für so ein Feld noch keinen Fall reichen. Für den großen Case auch noch nicht. Da wäre schon fast die Überlegung, ob wir vielleicht doch in Richtung Gewächshäuser erst gehen. Das müssen wir uns dann mal überlegen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was wir denn jetzt als nächstes machen sollen. Option 1, Gewächshäuser. Hier am Feld 21 in der Nähe des Kuhstalls dann anfangen. Da braucht man natürlich auch noch ein paar Geräte für. Option 2 wäre, auf das Feld 12 zu sparen. Und dann dort mit Kartoffeln zum Beispiel als noch offene Fruchtsorte anfangen. Option 3 wäre im Prinzip, den großen Case erst mal anzusparen, damit wir mit der Ernte vorankommen. Gerade Feld 10, 11, wenn die dann soweit ist. Oder Option 4, richtig lange warten, noch übertrieben gesagt. Und dann gucken, dass wir vielleicht das Feld 18 holen. Wir haben ja auch noch ein bisschen finanzielles Potenzial. Wir können ja auch noch ein bisschen was verkaufen. Deswegen bin ich im Moment hier so am Gras dran. Also an der Wiese hier. Denn wenn wir das durch haben und das Ganze soweit unter Dach und Fach ist, hätten wir die Möglichkeit, während dann die Ernte mit den Rüben läuft, dass wir vielleicht noch ein bisschen was verkaufen können. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Heute werden wir das nicht entscheiden. Morgen auch nicht gleich. Wir brauchen ja für alles erst mal die finanziellen Mittel. Aber mich würde mal interessieren, welche dieser vier Optionen ihr im Prinzip am liebsten hättet. Also entweder die Gewächshäuser oder Feld 12 oder erst den großen Case oder auf Feld 18 gehen. Da, wie gesagt, bin ich mal gespannt. Ich bin so gespannt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass hier im Prinzip das Ganze schon wieder voll ist. Nein, nein, nein. So, Futter haben wir jetzt richtig gut beim Kuhstall drin. Ich denke mal, das könnte mit viel Glück jetzt die letzte Fuhre werden, die wir brauchen. Danach geht es an Silo für die Kühe. Denn da wollen wir natürlich auch gucken, dass wir das voll kriegen. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Statistik rein. Mich interessiert ja mal, wie viel da rein kann. Also wir gehen jetzt langsam auf die 300.000 Liter. Das ist ja schon mal richtig viel. So, wir werden jetzt hier mal entsprechend das Ganze noch entladen. Ich bin ja mal gespannt, wann der Button kommt, von wegen Kühe für sechs Tage voll. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt geht es los. Im Moment tut sich noch nichts mit sechs Tagen. Ich glaube, das waren über 300.000 Liter. Das heißt, wir müssten danach wahrscheinlich nochmal eine Fuhre machen. Aber das ist gar nicht schlimm. Denn dann haben wir erstmal richtig lange Ruhe. Und die Kühe erstmal richtig viel Futter. Ja, und so sieht es auch aus. Denn wir haben knapp 300.000 Liter drin. Also, da geht noch ein bisschen was. Das heißt, da werden wir auch dementsprechend gleich noch ein bisschen Gas geben. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir gucken aber vorher nochmal schnell hier rein. Nö, da hat sich noch nichts getan. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal die Zeit vielleicht doch noch einen Ticken forcieren. Können es auch jetzt mal ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Dann können wir vielleicht sogar in der nächsten Folge schon mit der Ernte anfangen. So, hier fahre ich aber jetzt doch nochmal zurück. Weil sonst gibt es ein absolutes Spurenchaos. Ich glaube, wir müssten doch langsam mal gucken, dass wir die ein oder andere Spur einfach ganz in Ruhe durcharbeiten. So, da ist schon das Ende der Spur. Das passt. So, Milch müsste auch gleich geholt werden. Ist jetzt schon bei 41.000, 43.000 Liter sogar. Und das ist mal richtig edel. So, machen wir hier den Ladewagen gleich wieder an. Dann können wir hier weiterfahren. Endlich wird es auch wieder ein bisschen heller. Ja, ich sehe aber schon, es ist wolkig. Das heißt, ja, so den strahlenden Sonnenschein haben wir nicht. Aber zumindestens mal kein Regen, wie jetzt gerade in Hagenstedt erlebt. Oder, ja, wenigstens mal ein bisschen Licht. Waren jetzt auch eine ganze Zeit wieder im Dunkeln. Das wäre auch noch so eine Sache. Tages- und Nachtzeiten. Ob man sozusagen vielleicht so eine Art Story-Modus daraus macht. Und sagt, okay, bis 22 Uhr kann man arbeiten. So ähnlich wie beim Skiregionsimulator. Und dann geht es morgens ab 5 Uhr oder sowas wieder los. Und dass man über Nacht einfach nichts machen kann. Weil so kann man ja so eigentlich rund um die Uhr was machen. Wird aber im realen Leben, denke ich mal, bis auf 1, 2 Ausnahmen wahrscheinlich auch nicht so praktiziert. Da hat man ja auch so in einer gewissen Form seine Arbeitszeiten. Auch wenn die natürlich als Landwirt nicht festgeschrieben sind. Klar, man muss eigentlich immer irgendwie ran. Oh, Milchwagen ist da. Der kommt jetzt und holt unsere Milch. Das ist sehr gut. Gucken wir gleich mal. Das dürften wir jetzt noch mitkriegen. Oh, hier bin ich in der Spur. Mal gucken, wo der gerade ist. Ah, der hat gerade hinten angehalten. Jawohl. Knapp 35.000 Euro hat die Milch jetzt gebracht. Also das ist schon mal ein richtig dicker Brocken. Das hat sich echt gelohnt. Wir gucken hier. Da läuft die Stufe durch. Das ist eigentlich perfekt. Denn so kriegen wir es dann hin, dass wir also auf alle Fälle in der nächsten Folge mit der Zuckerrübenernte loslegen können. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, entwickelt sich langsam nach unten bis zum Ende der Folge. Passt das also optimal. Ja, und ihr seht, hier haben wir jetzt so viel Zeit gebraucht. Ja, abmähen plus das Ganze aufnehmen. Und wir haben noch nicht mal alles aufgenommen. Und da kommt schon die nächste Wachstumsstufe an. Ja, ist also richtig viel Arbeit. Klar, ohne Zeitvorlauf ging es besser. Aber ich möchte euch auch noch was anderes bieten, außer nur hier Wiese machen. Sonst schaltet ihr irgendwann ab, weil es dann wirklich einfach zu langweilig wird, wenn man immer nur einen dasselben macht. Ein bisschen Abwechslung soll sein. So, das 10er 11er Feld ist jetzt schon fast durch mit der Wachstumsstufe. Das heißt, Feld 16 können wir also in der nächsten Folge beginnen. So, mal gucken, ob wir den Wagen hier soweit noch voll kriegen. Ich gucke nur gerade, wie weit es läuft. Ich will nämlich dann gucken, wenn wir im Prinzip beim Feld 16 angekommen sind, dass wir die Zeit wieder anhalten. Also nicht anhalten, sondern eben auf normal laufen lassen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust, dass uns die Zeit dann da durchrennt. Das wäre ein bisschen blöd, weil dann kommen wir so leicht in zeitliche Schwulitäten. Wäre nicht so gut. So, jetzt hier noch einmal den engen Kurvenbereich. Das kriegen wir eh nicht alles unter. Das ist blöd. Da müssen wir irgendwann nochmal Reste einsammeln. Aber das eilt ja noch nicht. Wir haben ja mehr als genug im Moment zur Verfügung. So, und das hier sieht gut aus. Das könnte nämlich heißen, dass wir fast voll sind, bis wir oben am Kuhstall ankommen. Mal schauen. Ah, eben läuft es langsam runter. Das ist perfekt. Das heißt, ich drehe schon mal die Zeit ein Ticken langsamer, dass wir dann auf 15-fach sind. So, jawohl. Das passt perfekt. Ja, und damit steht auch schon das Programm für die nächste Folge dann. Heißt also, Feld 16 ernten. Hier unten gucken wir mal mit dem Gras, dass wir da vielleicht den Rest noch einkassieren. Ist ja jetzt nicht mehr allzu viel. Das sind nur ungefähr zwei Spuren. Deswegen fahre ich jetzt auch fleißig. Eben sieht man es. Hier wird es jetzt gerade erntereif. Das heißt also, das passt wunderbar. Jetzt kann ich auch hier die Zeit wieder ganz normal auf Echtzeit drehen. Ja, unsere Zeit ist jetzt auch vorbei. Sehe ich gerade. Denn wir sind schon, ja, so ziemlich wieder durch mit unserer Folge. Eigentlich schade. Wenn, ähm, jetzt geht es gleich mit dem Interessanten los. Aber ist ja auch gar kein Problem, ne? Dann schaltet einfach morgen wieder ein. Ähm, ich gucke jetzt nur, dass ich hier noch bis zum Kuhstall vorkomme. Weil dann haben wir, ja, voll kriegen wir nicht. Das ist schade. Aber immerhin, wir haben schon wieder ein paar Tausend, die da drin. Das werden wir dann in der nächsten Folge auch noch entleeren. Und ich denke mal, dann werden wir auch mal gucken, dass wir hier mit der Wiese fertig werden. Ist ja jetzt nicht mehr allzu viel. Das dürften noch zwei, drei Spuren plus wildes Hin und Her sein. Aber ich denke mal so, die Hauptfläche, die große Sache, das haben wir so weit hinter uns. So, und dann werden wir jetzt hier auch gleich den Schwenk nach links machen. Das sieht ja schon mal ganz okay aus. Haben wir schon richtig viel reingeholt. Würde ich sagen, fahren wir hier mal hoch. Dann können wir hier auch gleich die Reste mit einkassieren. So, nehmen wir hier die Kurven noch mit. Und dann gleich links rum den Schwenk sozusagen zum Kuhstall machen. Dann passt das. Und wir haben den Karren doch noch so ziemlich voll gekriegt. Ja, ist doch optimal. Besser geht es eigentlich gar nicht. So. Okay, das passt auch. Aber jetzt haben wir noch ein paar Liter übrig. Mal gucken, ob wir hier da diese angebrochene Reste dann noch mitnehmen können. Ja, passt doch perfekt. Voila, Kiste ist voll. Dann bleibe ich jetzt hier stehen. Wie gesagt, morgen werden wir das leer machen, also übermorgen. Und wir werden mit der Ernte auf dem Feld 16 anfangen. Wir werden ein bisschen Rüben einkassieren. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Und tschüss. Und dann geht's.